So, machen wir die Elementar fertig und dann... ...haut rein, mach den Wecker nicht ab, Alter. Oh, Litanei, der Schwule, Alter. Was ist das denn? Oh, Lecker, da... Ich hab grad noch mal Staub aus dem Auge zu... ...oder, was heißt Staub? Das ist für bestimmte Bedongstücke oder so... ...und das geht alles gar nicht mehr raus. Seit... ...seit fünf Wochen bringe ich die Wand in die Freske, ...bloss beim Schlitzeploppe und so, diese Drecksverhurt... ...und so ein Wand, Alter. Ich weiß auch ganz genau, was ich mit dem Bau mache, ...wenn der mir noch länger auf das Sack geht. Ich kann mal nicht mehr, Alter, es geht nicht mehr. Diese Wand ist so abartig. Wer so scheiß baut, der Gerd erschoss. Ey, ich musste... Ich hab schon einen Plan gemacht, Alter. Wir haben ja schon überlegt, ob mal... ...Facebook-Party in der Bootmacher, Alter. Internet-Kaffee mit einem Fake-Profil von Facebook... ...enfach Party dort unter der Adress schmeiße. Ja... ...kann's lustig gern, Alter. Zerstörung all-inclusive. Händen, was soll ich machen, bevor man... ...so lang getragen schafft dann, dass wir noch besser gewinnen. Boah, naja, das ist echt widerlich. Ich bin froh, wenn das Ding fertig ist, ey. Ah, es hat ja keinen Bock mehr. Sie haben nur noch Schlitzmaschine, ganze da in der Hand. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. so wahrscheinlichkeit gegenstände zu finden also vom pc oder was schwarzen schlüssel Uralt Ich mag doch auch verschwinden können da denn Ich bin schon gern da noch mal Komm doch immer hin, mach ich jetzt Aber das ist gut. Ich bin so fast nur dran, weil mir die Mühe gar nicht noch... ...weins in der Hölle. Das aber. krass Scheran, ich habe einfach nur vier ergebringt. Wahnsinn. Boah, Evolution gerettet noch und ich jetzt evolutioniere hier. Abartig. Ich glaube, es gibt doch noch einen Nubishara wieder in DH. Ja, es kostet doch einen Arcade, ne, oder? Ja, ja. Wenn ich das verwende, gewinne ich so viel Arcade, weil ich es verwende, dass es nichts kostet. Okay. Und zwar. Okay. 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 Jawohl. Ich fress dich. Ich hab gerade mit Held gefressen, Alter. Was gibt's denn jetzt noch von der... Was steht das da? Das dritte Stufe erreicht. Ja. Ich muss ja Panzerraum aufbauen. Achso, ich kann ja auch schleichen. Das haben wir ja ganz vergessen. Kann ja auch schleichen. Schleiche... Was ist denn das da? Ah, Panzerraum, wir werden ja 30% schneller. Sehr schön. Nein, in Minute 11 Sekunden ist die Überricht. 22 Scharift. Nei. Magier. Sonst stand verkehrt so. Na. Kann ja nichts sagen. Boah. Request. Da ist er. Papa, Request. Da... Wo ist? Da ist er. Ein bisschen. Kann sein. Na, geht es. Da geht es. Da wird er. Noi, die müssen da auch rein. Dann geht es. Jawohl, das Monster hat die Jäger getötet. Gewonnen. Nice. Mein Geruchsreichweide erhöht sich, ist das jetzt positiv oder negativ? Kommt drauf an, wie sehr das Ding stinkt. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Kommt drauf an.